Liebe Forum-Interessenten, Corona hat uns alle weiter im Griff. Wir sprechen nicht mehr über die erste Welle oder die zweite Welle, wir sprechen über die Dauerwelle, in der wir sind. Und im Weiterbildungsbereich hat es in den vergangenen Wochen und Monaten für uns viel Arbeit mit sich gebracht, weil wir uns darauf eingestellt haben, das, was Sie wollen, Ihnen am besten zu präsentieren. Wir haben eine Trias, wir haben Präsenzveranstaltungen, wir haben Online-Veranstaltungen und wir haben hybride Veranstaltungen. Und für alle diese Veranstaltungsformen haben wir jetzt Konzepte entwickelt, wie wir Weiterbildung in diesen unterschiedlichen Formaten präsentieren können. Natürlich ist Präsenz immer zu verstehen unter den gegebenen Hygienekonzepten. Wir legen großen Wert darauf, dass alles das, was wir an Verordnungen vorliegen und vorfinden, umsetzen und die Hotels entsprechende Konzepte dann auch für unsere Veranstaltungen anbieten. Sie können sicher sein, dass Sie bei diesen Veranstaltungen den höchstmöglichen Standard bekommen. Online-Veranstaltungen bedeuten natürlich auch intensive Befassung zu Hause. Auch da haben wir die Konzepte entsprechend angepasst. Und Hybride gibt Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich bei der präsenten Veranstaltung vor Ort sein oder ist es angenehmer für mich, wenn ich das am Arbeitsplatz oder zu Hause mitverfolgen kann. Auf jeden Fall finden Sie alles, was Sie in diesen Zeiten, in denen Weiterbildung wichtiger denn je ist. Denn die Disruptionen, die wir haben, schreien förmlich danach, dass wir uns auf Neues einrichten müssen. Mittlerweile sind Sie es gewohnt, Konferenzen, Veranstaltungen, Teambesprechungen online zu machen. Aber auch das ist ein Lernprozess und auch hier muss ich meine Mitarbeiter, muss ich mich selber schulen. Das bieten wir an. Ich bin sicher, Sie werden in unserem Angebot eine reichhaltige Fülle von Themen finden, die auch für Sie interessant sind. Ich lade Sie dazu sehr herzlich ein. Du bist heute mit dem Job. ! tener Said library Sie ä strengthened cn